Ist immer geroastet jetzt. So. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute finden wir Clash Royale und jetzt mal ohne Facecam. Weil, wenn ich das versuche zu bearbeiten, das Facecam-Video, dann sind halt zwei Videos, die bearbeiten muss. Deswegen dauert es halt erstmal länger. Außerdem, deswegen braucht auch der Computer mehr Leistung. Der Computer ist halt zu leichter. Deswegen, das ist dann halt erstmal länger. Auch immer, wenn ich es auf Play drücken möchte und so. Und alles dauert einfach länger. Und das ist halt einfach nicht so toll. Deswegen lasse ich mit der Facecam erstmal, bis ich noch ein PC habe oder irgendwas optimiert habe. Und deswegen bin ich jetzt mit dem Facecam. Ich habe jetzt dieses Deck hier. Und ich habe letztens das gezogen. Aber ich brauche dafür jetzt noch ein Deck. Und deswegen kann mir jemand mit dem Momentar schreiben oder so. Keine Ahnung. Und wir klicken auf Start. Bauarbeiterwerkstatt haben wir jetzt. So, wie es immer noch war. Fast Arena 7. Also, das heißt fast. Keine Ahnung, aber. Ich glaube, man kann denken, was ich meine, ne? Hier werfen wir ein tolles Laperhund. Deck mit Ballon. Also Laperhund, Ballon-Deck. Und das ist ja toll. Kurz noch was sehen, dass Laperhund da reinkommt jetzt. Dann haben wir jetzt hier einen Laperhund. Nein, doch! Und da ist Magi das eh fast äußert. Oh, Magi hat ja dieser kleine Pisser. Man ist ja gerostet jetzt. So. Und jetzt soll ich den Laperhund setzen. Aber, nein, natürlich nicht. Es war auch noch ein Mini-Packer hin. Aber das tut uns nicht wirklich. Wenn er jetzt Pfeile hat, kann er die auch abwehren. Aber macht den nicht okay. Jetzt hat er ein paar mehr Lakerhund. Oh, ich habe Pfeile. Und kann die abwehren. Sehr gut. Okay, aber jetzt kann man den Laperhund durchsetzen. Wenn es voll ist am besten. Ich glaube auf links, ne? Und jetzt Dreidex hier. Dann müssen wir uns nicht mal Laperhund setzen. Mal warten noch kurz. Um zu gucken, ob es sich lohnen würde, hier noch was hinzusetzen. Und es tut sich lohnen. Gutes Deutsch, ja. Sehr gut. Der Prinz ist tot. Der Kurm ist jetzt ungefähr so, wie der andere. Da ist ein A, bald da kommt was hin. Das ist ja mal wow. Schon hart krass, was er da so setzt. Ich will es mal sagen. Das ist so ein sehr guter Spieler. Mit seinem krassen Deck. Mega Lackheit, würde ich noch kurz sehen da. Ja, das. Ich glaube, das ist Instant Down, oder? Komm, das schaffst du noch. Ja, da ist noch ein Laperhund drauf. Da ist noch ein Laperhund hier hinterher. Das sind die ganz Sonnen, aber der Laperhund, der mit der Laperhund, leider mit ein paar Minions. Ich schaffe das jetzt noch. Bestimmt. Jetzt können wir kurz weg, Digga. So, krieg ich nicht. So, okay. Genau, jetzt mache ich kurz die Lava-Publish-Serie, wie man die heißen. Kurz den Eis-Magier-Town. Okay. Dann, scheiße, das war einfach dumm. Kann das sein? Das war halt richtig dumm. Ja, das kann sogar sein. Hier war wieder noch. Pfeile! Ach, war knapp. Ich dachte gerade, ich treffe den nicht. Ach, wir tun ihn jetzt aber fast down. Ich meine auch, aber dafür ist das jetzt... Egal. Ich würde machen, eigentlich. Ich glaube nicht 600 oder irgendwas. Ah, 300 oder irgendwas. Scheiße. Aber wir haben einen Turm geschafft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal... Ist ja schon mal ganz gut, würde ich sagen. Ein Turm. Also, das ist mal ein Sieg. Hat bei den Majus nicht so oft. Hello, darkness, my old friend. Das Video ist jetzt ein bisschen kurz. Aber wir können trotzdem mal die zum Öffnen bereit machen. Ein Video, wo ich meinen Kampf geboren habe. Aber da wir in den Urlaub fahren, wenn es Ostern ist, haben wir sowieso nicht so viel Zeit, das zu schneiden. Von daher passt das. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch gefallen habt, könnt ihr ein Like da lassen. Oder abonnieren. Abonnieren ist auch gut. Und würde ich sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.